. . . . . . . Willst du jetzt kandidieren oder was? Ja. Und deshalb muss ich das heute anziehen. Ja. Du bist dein Pressesprecher. Ich bin dein Pressesprecher. Ja. Sonst hast du alles vorbereitet. Parteiname? LMA. LMA? Lachen miteinander. Ich glaub's gleich. Ja. So, und was willst du jetzt heute hier? Ich? Ich such mein Kabarett. Dein Kabinett. Ach so, Kabinett. Ja, das such ich. So. Ich nehm aber nur Frauen. Nur Frauen, ja? Ja. Frauen an die Macht. Ja, ist gut. Oh, na. Ja. Die Wähler sind wir schon mal sicher. Ja, ich glaub's gleich. Ja. Dann nenn ich schon die Erste. Das ist die Frau Hadertauer, ja? Ja. Frau Hadertauer, sie sind dabei, ja? Sie können dann hier einsteigen. Sofort. Ich bräuchte noch ein paar Daten. Wo sind sie geboren? Wollen sie das nicht sag? Sag es sich ruhig. Neumünster. Neumünster. Kenn ich nicht. Ja, komm jetzt. Ja, ja. Bitte. Das ist in Schleswig-Holstein. Kenn ich erst recht nicht. Ja, komm jetzt. Ja, ja. Ach, dann nennt er die noch nicht. Ja, ich werd verrückt. Was ist denn jetzt? Ich hab die letzten drei Wochen ständig für sie angerufen, ja? Wo? Im Dschungel. Nein, das ist doch ... Ich hab nur die Finger wund gewählt und Königin sind sie trotzdem net worden. Amanda. Ja. Das ist nicht die Olivia Jones. Nein, welchen das dann? Der Söder. Hä? Der Söder. Der war doch net im Dschungel. Nein, der ist ... Das ist die Merlin Monroe. Die Merlin Monroe. Jetzt hab ich's kapiert. Der hat es durchschaut. Frauen an die Macht. Jetzt hat er sie schnell verkleidet, ja? Ja, ich ... So, hast du eigentliche Wahlprogramm? Aha, Donuts für alle. Donuts für alle? Ja, das hat beim Nikolaus schon immer funktioniert. Wie beim Nikolaus? Da hockt doch einer. Nein, das ist doch net der Nikolaus. Sag mal, hast du noch nie ein Comic gelesen? Das ist Miraculix. Der Miraculix. Ess ich gern. Ja, ess ich gern. Das sind die Donuts jetzt? Ja. Und die bringst du in das Wahlvolk? Ja. Ja, was sind das jetzt? Schwarze Donuts? Ah, für die da. Hör mal zu, das ist die SPD. Ja, die ham die Schwarzen g'fressen. Ja, komm ich hier. Ja. So, komm. Verteilen wir ein bisschen. Ja, nehm uns ein. Geben's dir mal weiter. Sie kriegen auch ein Ja. Ja, der Herr Rinderstacher. So, gib den Obelix zwei. Der is dick. Ja, komm, da haben wir noch einen schwarzen Ja. Ja. So, also. Jetzt hat er drei, nehmen Sie halt auch ein Ja. Sind Sie immer so gierig? Na komm, jetzt hör auf. Ja, komm. Also, sag mal, du hast ja a große Auswahl hier. Sag mal, eine Frage, Amanda. Da is ein Donut mit drei Herzen drauf. Ja. Ja, den hab ich extra vorbereitet. Ja. Eine Ausnahme mach ich. Ich nehm nur Frauen. Aber einer darf mitmachen. Und es wäre? Der Horst. Ja. Ja. Den hast du extra für den Herrn Seehofer gemacht. Ja. Horst, ich hab glätt. Sag mal bitte, des ist Ministerpräsident. Ist für dich der Herr Seehofer. Na, des is der Horst. Horst. Letztes Jahr, da hab ich ein Würstchen bekommen. Jetzt kriegst du einen Donut von uns. Nur von mir. Auf der Rückseite steht mein Telefonnummer. Ja. Ja. Hast gsehn? Er hat geguckt. Ja, ich hab's gsehn. Ja. Ja. So. Er ruft an, hat er gsacht. Das is schön. Ja, komm. Bitte, Amanda. Ja. Ich bin single. Hör auf. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nicht, nein, es langt jetzt. Ja. Amanda, ich hab jetzt mal, bevor wir weitermachen und bevor du mir dein Kabinett erklärst, mal noch eine spezifische Frage an dich. Hä? Eine spezifische Frage. Hä? Ich habe eine spezifische Frage an dich. Stizifisch? Eine spezifische Frage. Stizifisch? 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 Gibt's auch nen Cola-Fisch? Ja. Sag mal, die hellste bist du... Eine spezifische Frage. Stizifisch? Ich würd auch nen Fanta-Fisch essen. Jetzt hör auf. Ja. Sag mal. Stizifisch? Gott, ist des bescheuert. Stizifisch? Ja. Was hockt denn da oben? Schau mal, Amanda, ich glaub, du hast schon paar Wähler, ja? Ja. Was is'n des? Na ja, des is auch so was wie ein Kabinett, ja? Aha. Ein Grusel-Kabinett. Ja, komm. Jetzt, hör auf, ja! Stizifisch! preyon! Frag. Wied. 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 Untertitelung des ZDF, 2020